steigst ein gummi geht es das pferd kommt mit alles klar ich bin ein bisschen zu also hat es eine maske okay ich wollte eigentlich nach georgetown also das ding hat schon echt tempo hinter und auch ganz schön viel handling muss man sagen von mir überhaupt richtig jahren wir fahren genau an der Aachen vorbei da vorne stehen jetzt die Cops da ist voll Action hat man gesagt ach so ja wir müssen nur da unten reden ja 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 immer freundlich Abmarsch 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 ey ey ist doch okay hier wird es doch bestimmt auch andere Straßen gehen ja das ist dann bei denen so ja jetzt wünsch ich langsamer fahren oh wow okay der ist schon ziemlich dschungelig hier nicht der Urwald ja das ich weiß gar nicht ob wir hier überhaupt durchkommen krass also hier kommt man mal nicht so leicht nicht so leicht durch wie ein altes er hat uns theoretisch aus der Patsche geholfen ich hoffe du schreist nicht nicht dass uns hier noch einer hört ne 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 oh 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 bleeding was ist denn los hier wieder was du blutest ja ich muss so gucken ne jetzt oder du blutest doch jetzt eh je nachdem wie man verletzt ist ähm hat es die Wunde wieder auf Jo auf äh kleine ach du je guck mir ich bin nur ganz kurz gegen den Baum gedappt das war alles hier ist ein bisschen dichtes gebüsch ja das wär's so ich glaube wir sind durch ich glaube wir sind noch ein bisschen zu zu nahe an der ecke dran ich werde mal ja aber wie ist das jetzt ist ja sperrzone wie gesagt könnten uns das auch ohne grund abknallen die cops die schießen uns doch nicht ab wir sehen doch dass wir unbewaffnet sind ich auch rein was da war immer ist es nicht wo sind wir denn hier wo sind wir denn da was ist denn das dahinten die tankstelle wo das ist ja schon eigentlich fast da hinter der garage warum sehe ich eigentlich die die polizisten markiert auf der karte ich bin immer noch voll breit ich kann kaum erzählen alles bunt verschwuppt ok ah jutes bot oh schau mal wir sind drin und wie irgendwann kommt nicht nach georgetown bla bla ja 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 ja